Hallihallo und herzlich willkommen zu Dragos News Teil 5. Ja, heute Morgen habe ich schon ein Dragos News aufgenommen, aber nach ein paar Streitigkeiten und, ja, lösen bin ich, habe ich gedacht. Ja, ich lösche das Video und mache es neu. Ja, es gab Streitigkeiten hier auf dem Server, auf GroupCraft, weil alle ein bisschen vorschnell und blöd gehandelt haben. Jetzt ist aber alles wieder in Ordnung. Wir haben uns wieder angefreundet, aber ich selber will Admin-Sachen nicht mehr machen. Ich mache dafür einen eigenen Server mit Mods. Ähm, der geht bald online und, ähm, der wird einfach so ein bisschen modifiziertes Server sein. Ähm, eher ein bisschen mehr auf Free-Build und Rollenspiel und auch ein bisschen auf Schlachten und so. Aber das ist dann ein anderes Thema. Ähm, ich werde das Let's Play weitermachen hier. Ich werde auch die FVR-Welt weitermachen. Aber ich werde mich noch nicht mehr um die wesentlichen Admin-Sachen kümmern. Wenn ich mal etwas machen muss, ist das schon gut. Aber ich glaube, Floster schafft das auch alleine oder mit seinen Admin zusammen. Jo, also. GroupCraft eben ein wildes Durcheinander. Es klappt nicht, so wie es alles geht. Und ich möchte lieber einen Mod-Server haben mit Deko-Mods, mit funktionellen Mods, mit coolen Mods. Und ja, deshalb bin ich dann mehr dort und werde dann auch ein Let's Play machen davon. So. Dann kommen wir zu, ähm, Champions of Regnum. Champions of Regnum ist momentan in aller Munde, also das Let's Play. Danke schön dafür, für die vielen Likes, für die vielen Aufrufe und für die grosse Interesse. Ähm, momentan ist noch das Farmen. Also das ich jetzt bei den Goblins, ab Stufe 28 die Goblins kehle die ganze Zeit. Da werde ich ein paar Mal zeigen und ein bisschen reden über das Wichtigste, über Neuigkeiten und so weiter. Und, ähm, danach kommen die Fortschlachten und ihr dürft dann natürlich auch mitmachen. Ich werde so viel zeigen, so coole Sachen wie möglich zeigen, die wichtigsten Schlachten und so weiter. Dann fängt es richtig an, dann wird es richtig geil. Und, ja, das dann, ähm, sobald ich, ähm, mit dem Farmen, ähm, mit dem Farmen, ähm, ja, fertig bin einfach. Jo. Dann, ähm, Metin 2 kommt öfters, ähm, Secure 2 wird leider momentan eingestampft, weil, ähm, nichts flüssig geht so richtig. Dann, ähm, Path of Exile geht Ende Juni wieder weiter, wenn Awakening draus ist. Ähm, Diablo 3 Let's Show kommt jetzt mehrmals. Und, vielleicht später mal mit dem neuen Patch oder mit dem neuen Season, dann ein bisschen mehr. Ähm, was habe ich noch? Mountain Blade Warband ist momentan nicht mehr so beliebt, weil es halt einfach viele Folgen kamen. Da werde ich jetzt weniger bringen, aber, ähm, mit ein paar Likes oder so kann ich mich, kann ich dann schon wieder ein bisschen mehr aufnehmen. Aber ich möchte meine Konzentration auf die beliebten Projekte haben und nicht auf eins, das nicht so viel geschaut wird. So, dann war es das eigentlich alles. Eben mit dem Groupcraft-Server geht alles wie gewohnt weiter, mit dem Projekt auch, also mit dem Let's Play. Andere werden wir wahrscheinlich mit mir dann auch aufnehmen und so weiter. Novolem war ja schon mal dabei. Und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber eben noch genug glücklich und, ja. Momentan ist es halt mit dem Sport recht heftig. Und ich bin manchmal dann zu müde zum Aufnehmen. Also, wenn mal wenige Folgen kommen, ihr wisst es, ich bin wahrscheinlich dann zu müde oder sonst irgendwas. Und vielleicht könntet ihr mir dann ein bisschen aufhalten. Also, Dankeschön für dieses, ja, für momentan, dass es so gut läuft auf YouTube. Und viel Spaß noch mit einem anderen Video. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.